Hallo ihr Lieben, wir sind heute beim SC Sonnborn, hier in Sonnborn natürlich ganz klar und die Jungs haben heute ihre Stimme abgegeben für Wuppertal, ihre Liebeserklärung. Die Vereine sind das Herzstück einer Stadt und deshalb fordere ich euch alle auf, die ganzen Vereine von Wuppertal doch mitzumachen und ihre Liebeserklärung für Wuppertal 1001 Stimme abzugeben. Ruft an, wir kommen zu euch und filmen eure Liebeserklärung für Wuppertal. Wuppertal.